eins muss man euch lassen liebe schweiz gut aussehen tut ihr hier im sommer chillen vor drei oder vier jahren habe ich genau auf diesem weg hier bin ich längst gelaufen so schön klar das wasser also schweiz gefällt mir so wir sind jetzt hier bei lollipop am zürcher hauptbahnhof die haben auch immer die neuesten sorten am start sind treu supporter unsererseits checkt gern auch deren online shop lollipop.ch aus da könnt ihr auch gunnergy online bestellen auf jeden fall richtig cooler laden gibt viele sachen hier aber das wichtigste ist sie haben die neuen gunnergy sorten hier die limitierten und nicht vergessen über die lasche auch noch für eure lieblingssorte zu voten also g steht für gönn geht zur lollipop und gönnt euch ein gunnergy denn g steht für gönn ein unfassbarer männlicher moment kommt zum papi 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 ja richtig männlich jetzt ja 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 oh oh geil Vielen Dank.